ja was nun gute frage nächste frage sollte mal ein haus bauen aber mitten im dschungel ist es kacke das versichere ich euch also am rande des dschungels so ein am strand wäre das doch klasse so ein kleines strandhaus hier ein bisschen freilegen das machen wir jetzt das ist gut eine gute idee das wird jetzt so gemacht ein paar stöcke machen und schaufeln so jetzt wird gebuddelt brauchen viel platz da wäre ein großes haus bauen ja also ich würde sagen wir machen das dann machen wir bis hierhin wo den wir dann da müsste es auch in ordnung sein groß genug für das haus wo habe ich aufgehört hier so okay dann haben wir das ja gleich noch hier unten naja bei dem konzept wie haben wir hier noch zack zack und zack so schulden aber gelijk bis hier dann haben wir auch genug sand für die fenster und so ja was gibt es ein neues nicht viel eigentlich sieht doch gut aus so was machen wir das haus komm können wir noch eins weitermachen könnten wir eigentlich hier dann so eine kleine schneise rein machen nicht dass das alles so vierechig aussieht also gut aussieht einfach ja dann wird es denn dunkel müssen uns bei müssen uns sputen ja würde ich sagen dass wir das dann so machen wird ordentlich so eigentlich müssten die melonen ja gar nicht mehr schmecken wenn man so viel sand in der tasche hat naja egal dem schmeckt alles in der not frisst der teufel fliegen ja das kleine stück kann man auch ohne schaufel machen da boxen wir da den sand durch die gegend klatsch klatsch so nicht so gut ich brauche jetzt mal eine schaufel hoch keine schaufel was habe ich hier für einen Käse eine Axt eine Axt und dann noch zwei Schwerter für die Nacht kommt noch eine schaufel äh eine Axt boah so jetzt gehen wir Holz hacken das können wir schon eigentlich hier reinsetzen ja kleine Holzmichelo nein 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 ho was war hier für ein Käse erst mal hier so jetzt kann ich ho ja ja also wenn ihr irgendwelche Themen habt die ich das nächste Mal ansprechen soll schreibt es ruhig in die Kommentare ja ich sag das gern schreibt das ruhig in die Kommentare Kakao wie cool so oh oh sieht gar nicht gut aus für uns also die erste Nacht die wird echt Hölle 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 ja so war es nicht immer so dass in dem ähm ähm im Dschungel immer verdammt viele Tiere waren wo sind die allein verdammt verdammt sieht überhaupt nicht gut aus für uns die erste Nacht oh oh ich hoffe nur dass uns nichts von hinten angreift während wir hier Bäume fällen oh da ist eine Höhle das ist gar nicht gut okay welcher Hack okay 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 nicht angucken nicht angucken Ah. So, den Boden haben wir schon mal fertig, aber das hilft uns nicht viel, ok, wo ist die spinne, wo, spinne, zeig dich, sonst bist du geliefert, oh oh, nein, weg, 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 ich will dir nichts tun, au, vollidiot, stirb, aber, haha, ins Gesicht, wo ist die scheiß Spinne, macht mir Angst, auf die Glatze, der ist tot, das verdorbene Fleisch ist kann man gut fürs, ja, da kommen da noch mehr von den Vollidioten, meine Güte, ich glaube es hackt, boah, wo kommen die alle her, tja, scheiße war's, Zombie und dann, wie,